So Leute, das ist die nächste Folge, also die nächste Folge von Minecraft auf dem Skyblock. Kein Skyblock, kein Rundenblock. Und auf jeden Fall, woher habe ich 29 Eisen? Ich habe 29 gebratene Eisen. Habe ich die von Ofen mal genommen? Die waren glaube ich in der Truhe, oder? Soll ich die geben? Ah, nee, ich mache die dann in die Truhe. Hier. Und ich habe wieder so Brateisen. Oh, oh boah. Wie soll man überhaupt im Schmelzofen was braten? Das weiß ich nicht. Ah, mit Holz. Das geht mit Holz. Hey, ich habe probiert, das geht nicht. Doch. Hängt es bei dir, oder was? Guck. Guck, ich habe da reingemacht. Hm. Es bratet aber recht schnell. Soll ich wirklich nicht sagen? Wieder er. Wieder diese Eisbähne. Den braunen. Nein, der Fuchs hat gerade irgendwas von uns gestohlen. Geh mal weg, Fuchs. Wie eine schöne Reise nach. Oh, du heilige, wie viel Eisen. Wo Eisen? In der Truhe. Boah. Wir sind... Okay, wir können uns jetzt eine ganze Rüstung aus Eisen machen. Ja. Wir sind jetzt einfach zu reich. Wir können uns dann einen Amboss machen. Vielleicht bekommen wir verzauberte Bücher. Vielleicht. Das ist doch besser, so, ne? Und vielleicht bekommen wir bald Obsidian. Vielleicht. Das wäre doch schön. Also, ne? Was hast du da für einen Lava-Mann-Bucket? Wenn sie jetzt sehr viel sagten. Wann bekommen wir endlich wieder die neue Schicht? Wir haben schon so... Du hast schon so viel gegraben und... Nein. Nicht schon wieder. Uns Gesicht. Oh, Mann. Islapis, Latuli. Ah! Hier ist wieder Lava. Nein! Nein! Unser Haus brennt! Nein. So, Leute. Ich dachte, es wäre das Ende, aber... Wir haben es noch geschafft. Unser... Hä? Unser Haus zu reparieren. Also, ist alles noch gut? Ja? Ja, wir können ihn ein bisschen besser machen auch. Ja, wir können ein bisschen besser machen. Wieder. Also, wenn wir Holz haben, dann haben wir wieder unser ganz gutes Haus. Weil es war... Das war ein sehr schönes Haus. Es war wirklich ein cooles Haus. Ich baue weiter ab. So, ist endlich weg. Okay, wir haben aber geschafft. Es war richtig knapp. Ich will noch. Komm, noch. Ich will noch. Ich will ein bisschen schneller bauen. Ja. Ich mache dann, Paul. Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Vorsichtig, ich mache Lava-Bucket weg da. Sonst brennst du wieder. Die... Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sand. Die neue Schicht ist geladen. Sand. Super. Stein. Hm. Ah. Oh, aber dafür andere Gegner. Noch besser. Ja, noch besser. Einfach beste Gegner. Als ob die so stark sind. Die können doch nie so stark sein, oder? Ich habe keine Kirschkarren mehr. Mist, aber wir haben doch so viel Eisen. Wir haben unfassbar viel Eisen. Ich, ich mache so, äh, so. Okay, ich habe eine Kirschkarren gemacht. Boah. Wir müssen vorsichtig sein, wenn... Kaktus. Kaktus-Farm. Ja, das bringt dir nichts. Ja, stimmt, das bringt ja nichts. Das bringt nur auf Servern was. Ich bring das gar nicht. Warum bekommen wir das? Oh. Darunter ist ein Frügend was. Nein. Ich dachte, es war Diamant. Lol. Das war dieses Lohsding. Ja, okay. Gut. Ich mache dann wieder Pause. Auf jeden Fall, Leute. Mein Cousin hat gerade einfach TNT von diesem Ding bekommen. Hä? Hast du hier Obsidian hingebaut? Warum ist hier Obsidian? Und dort ist mein Hund? Und dort ist mein Hund. Wo ist jemand dort? Obsidian, äh, muss man... Netter Portal. Stimmt. Wir müssen hier ein netter Portal bauen, um die Sachen für... Wo hast du dir? Wo hast du Diamanten, hä? Achso, die sind hier, stimmt. Hast du hier vor... Hast du hier vor? Wo sind sie jetzt? Keine Ahnung. Ah, ich habe die hier. Hier. Hinter dir. Boah. Das ist ein Kack. Scheinbar ruhig. Junge, hier mit meinem Hund, äh... Ja, bau ab. Obsidian können wir sogar dann gebrauchen. Obsidian können wir gebrauchen. Nimm Obsidian, ich nehme einfach das Obsidian. Ich muss wegmachen. Wir können danach Schneemenschen machen. Ja. Bauen wir dann auch in eine Klettka. Boah, endlich eine neue Schicht. Ob das nicht so eine tolle Schicht, aber... Hier gibt es gute Sachen. Soll ich sagen. Ja? Kann man sagen, nicht so gut eigentlich. Normale Sachen sind da wirklich. Dann komm, ein bisschen schneller vielleicht. Ein bisschen schneller? Ja. Oh, wieder TNT, hä? Wie tief geht das überhaupt, weil da... Roll! Was ist das? Da ist einfach ein Helm. Junge. Ich kann nicht mehr reingehen. Warum kannst du denn nicht reingehen? Oh, er sleckt wieder. Aber hier ist ein Hase. Er sleckt. Es leckt? Ja. Oh, Mann. Es leckt wieder. Kacke. Ich mach dann Pause. Okay, Leute, das war's mit der vierten oder fünften oder sechsten Folge. Keine Ahnung, was es wirklich für eine Folge ist. Ich werde es am Ende herausfinden. Unser Baum lebt noch. Der Hund von meinem Cousin ist gewachsen. Hier ist... Wir haben Obsidian und ich hab hier einen Amboss erstellt. Können wir kraften. Ja? Ich bin aus der Welt geflogen. Ah, ich dachte schon. Wir sind kack. Ja, was machst du mit dem Lava-Eimer? Ich mach alles weg. Was brauchen wir nicht? Ach so, stimmt. Kannst du auch mit Feuerzeug machen. Ich hab kein Feuerzeug. Oh, da unten war ne Truhe. Hab keine. Wie schnell, guck mal. Ja. Das brauchen wir nicht, ne? Da war einfach grad ein Druck. Ja, okay, warte. Nimm die, nimm die. Brustplatte. Nimm die. Hast du die schon? Ah, ne, ich hab hier schon eine. Wie dumm. Ich leg's einfach jetzt weg. Ja. Leute. Was soll ich sagen? Team, das ist meins. Ja, das brauch ich nicht. Nimm einfach das. Das kann ich machen. Ich mein, das kriegst du es. Das kann ich einfach. Auf easy. Das musst du machen. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Ahaha, lustig. Und noch eine Truhe. Noch eine Truhe? Oh, ich hab Pferdereiter. Was ist da drin? Na, das ist scheiße. Das sind nicht so tolle Sachen. Das sind nicht so tolle Sachen. Das ist mir egal. Äh, ja. Wir sind weit gekommen. Hier mach ich dann wieder mal unsere Oxidiane rein. Woher hab ich das? So. Und... Wir sind bisher sehr weit. Hoffentlich bald kommt eine nächste Schicht. All die Fäße. All die Fäße. Dieser Zombie hier. Die Junge hat mir in ein Ding reingegangen. Er hat Eisenfüße. Nein. Sind die Eisenfüße getroppt? Ja, das brauchst du nicht. Ah, keine Ahnung. Ich brauch sie selber nicht. Kann man dann reparieren einfach. Weil meine Eisenfüße sind scheiße. Was nimmst du das alles? Ich schmeiß es gleich alles weg. Weil ich habe jetzt fast volle Eisenrüstung. Ist doch gut. Ja. Nochmal. Junge. Oh, Digga. Bei mir... Bei mir ist was kaputt gegangen, glaub ich. Ihr habt was gehört. Oh, nee. Bitte nicht. Ich mach dann Pause. Ja. Deine Hose... Deine Füße. Ja. Ah, Mist. Aber sie sind ja nur Füße. Kannst du ja wieder machen. Ist ja nicht so schlimm, ne? Nein. Das war's mit dem Video und bis zum nächsten Mal.